Da ist er! Okay, Mann. Chris, ihr habt ja richtige Masken. Du siehst aus wie ein zu oft benutzter Pariser. Fein. Was soll's? Soll die Alte mich doch erkennen, ist mir egal. Ich wollte nur professionell sein. Hey, Rock. Du siehst gut aus. Halt die Klappe, setz sie wieder auf. Du siehst gut aus. Du siehst wahnsinnig gefährlich damit aus. Okay, Rock. Und du bist sicher, dass du das mit uns durchziehen willst?